Ich wollte meine Freiheit haben. Ich wollte immer sagen können, ich stehe auf, wann ich will. Ich habe drei feste Angestellte gehabt und habe in D-Mark fast 20 Millionen Umsatz gemacht. Ich habe immer nur Sachen gemacht, ich habe Spaß gemacht. Da war ich ein Waffenmeister, oft mitgespielt, auch als Ganovo oder auch manchmal als SEK-Beamter. Drei Amateur-Rallys gefahren, eine WM mitgefahren in Polen. Ich habe mir meinen ersten Ferrari gekauft, 30.